so testen wir mal den autopiloten im stau tesla model 3 funktioniert erstaunlich gut unter 10 kmh scheint auch gar nicht die meldung zu kommen dass man das lenkrad bewegen soll ist schon mal interessant ok er stoppt mal sehen wie lange er hält ok wenn man anfährt muss man mal wieder kurz das lenkrad wahrscheinlich bewegen so